Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, euer BascaiPay. Heute gibt es bereits das 50 Abonnenten Special. Ich bin wahnsinnig glücklich, stolz und froh darüber 50 Abonnenten zu haben. Und da dachte ich mir, es ist jetzt ja auch die Weihnachtszeit. Mache ich einfach mal ein Giveaway Gewinnspiel, wie auch immer. Ja, das Giveaway geht bis um 29.12. bis um 12 Uhr und die Teilnahmebedingungen sind ganz einfach. Ihr abonniert mich einfach und schreibt einen Kommentar mit, ich will teilnehmen oder fügt mich zur Teilnahmelistin zu. Und ja, dann wird ausgelost. Und jetzt, bei ganz vielen Gewinnspielen oder Giveaways ist ja so, immer einer gewinnt was. Ich fand das immer so ziemlich, naja, so viele Leute in einem Teil, einer gewinnt was, naja, meine Chance hier gerade so groß. Deswegen dachte ich mir, ich möchte einfach drei, ja, drei Gewinne und jetzt kriegen drei Leute was von mir. Und zwar der erste Platz kriegt einmal nochmal ein Hoopa Code. Dann kriegt er ein Shiny Pokémon von mir und zwei Battle Ready Pokémon. Ich war damals im Competitive, ja, ziemlich gut und habe deswegen ganz viele Battle Ready Pokémon. Also kampffähige, auch fürs, ja, fürs richtige Turnierspielen und dadurch, und der erste Platz bekommt zwei Stück von mir. Dann kommen wir zum zweiten Platz. Er bekommt auch zwei Battle Ready's von mir und ein Shiny Pokémon von mir, natürlich selbst gefangen von mir. Und der dritte Platz bekommt zwei Battle Ready Pokémons. Und ja, ich hoffe, ihr nehmt schön teil am Gewinnspielen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß, viel Glück und eine frohe Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Video, euer BISCAL LP. Ja, das war lieb. Wüsst ihr bis zum 29. 20... Dann fehlen wir noch noch ein 9. Ist an, ne? Mhm. Man, gut. Gleich ist das Video schon wieder zu Ende. Ich stelle das alles weg. Dafür speichern hast du gar nicht. Das ist mein A. A, mein A. Wo ist mein Handy? Schmuck. 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 Schmuck.